Und hinter dir ist ein sogenannter Creeper. Wenn du ihn anschlägst, explodiert er. Ja, aber dann schlage ich ihn doch besser nicht an, oder? Ja, aber doch nicht in der Nähe des Hauses! Nein, ich schlage ihn nicht an, meine ich. Nicht das Haus! Meine Truhe! Meine Truhe! Die Wand kaputt! Hast du auch die Blümchen gepflanzt? Hau ab! Warum denn mitten in den Weg? Da kannst du auch drüber laufen und die gehen nicht kaputt. Hau ab! Nein! Die Blümchen zerstört! Wo ist der Georg? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er selber weiß, wo er ist. Hier irgendwie in irgendeiner Ecke im Keller. Heimlich. Und hat die Hacke in der Hand. Komm! Du sollst nicht mich hauen. Ja, aber du standest deinem Weg. Du sollst Ernie hauen, oder Bert, oder Bert. Oh, ich bin in den Brunnen gefallen. Nein! Nein! Warte, warte, ich komm. Ich komm. Wie komm ich hier raus? Maust du mich jetzt ein? Jo! Ich hasse dich! Hilfe! Oh, der war nie wieder gesehen worden. Der ist sehr nah. Wo ist der denn? Ja, der ist ja gut. Oh! Au! Was? Deko? Das hat weh. Ey, du Arschloch hast meine Blumen kaputt gemacht. Nicht die Füchte. Ich füttere deine Hühnchen mal mit Hühnerfleisch. Du bist brutal. Die gucken mich ein bisschen blöd an, aber anscheinend... Du bist ja ein kranker Kerl. Ich bin bei den Hühnern, von denen nur noch drei Stück leben. Aber es sind drei glückliche Hühnern. Das stimmt nicht. Zwei. Aber ein guter Schuss. Ey, hau ab! Nein, nein! Mann! Alter. Gedeckt! Du brennst, Georg. Ich weiß. Ey, was war das denn jetzt? Du löscht dich selber? Ja. Aber ich hab eine Riesenidee. Warte mal, ich hab unten einen Knopf installiert. Wer hätte das gedacht? So. Warte mal, seid ihr eigentlich alle total getrankt? Jetzt ist meine Truhe wieder weg, du Arsch. Wo hast du die hingetan? Na, da, wo du grad stehst, neben dem Bett. Die müsste eigentlich da unten sein. Da ist sie doch. Wo? Alter. Ah! Sag mal, du bist doch echt... Nico? Nico? Hinter dir. Hinter dir. Tja, Nico. Das hast du nun davon. Ah, jetzt hab ich, glaub ich, Holz. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020